Dass sie jetzt versuchen, das, was Allah sagt, irgendwie in Übereinstimmung mit dem zu bringen, was sie hier in der Gesellschaft 20 Jahre gelernt haben. Aber das passt nicht zu der Vollkommenheit Allahs. Zur Vollkommenheit Allahs gehört, dass wenn du etwas liest, was Allah sagt, das ist okay. Er ist derjenige, der weiß schon, was er sagt und wenn er das so vorgesehen hat, steckt dahinter eine Weisheit, ob ich sie erkennen kann oder nicht. Ich versuche nicht das, was ich hier 20 Jahre gelernt habe, beziehungsweise umgekehrt, ich versuche nicht den Koran. Irgendwie in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was ich hier gelernt habe, was ich schon in mich aufgenommen habe, sondern umgekehrt. Das, was ich in mich aufnehme, ich sorge dafür, dass es in Übereinstimmung ist mit dem, was Allah sagt. Das passiert manchmal sehr unbewusst, aber das gehört auch dazu, die Vollkommenheit Allahs zu bewahren.